Hallo und herzlich willkommen zu sketchful.eu mit Chris und Thomas Servus Wer kann am schlechtesten Zeichen? Wahrscheinlich ich Was nehm ich'n? Wie schreibt man's eine? Unten musst du's anschreiben So da sind's so... Ja aber du musst das richtige Wort auch erraten Da steht einer hinten... also ich darf er nicht sagen Es ist schwer Und der hat... So... und da steht... und da sitzt noch... Ja... So, was ist das bitte für dich? Das ist so... Jetzt zeichne mal besser Okay, zeichne mal besser Boah, was ist denn das für ein langes Wort? Was ist denn mit Spitzhacke bei... Ist das narrisch? Was soll denn das sonst dann? Und er findet's raus? Du darfst das ja eh nicht sagen Na Und gelb und rot? Tyd Achso Geschleicht Achso Geschleicht Tomas Und ähm hätte sein können jetzt sind wir die langen wörtern steftig ich habe scheiße gezeichnet, Moment da ist irgendetwas ein Mistkabel, wo du es weggeben kannst glaube ich ja, ähm warum Ah, machen wir los. Ah, wie heißt das? Ich heiße. Und nicht vergessen, das Obligatorische dazu. Die drei Wassertropfen. Ich habe keine Ahnung, wie das passt jetzt. Wollen wir auf Englisch? Es wird genauso geschrieben wie auf Deutsch. Ich weiß, wie es geschrieben wird, hast du Pech. Avocado, bist du bescheuert? Das ist doch kein Avocado. Schau, was ist in Discord? Alter, das ist doch kein Avocado. Ihr habt ja überhaupt keine Ahnung von Obst und Gemüse. Das habe ich gerade eh noch nicht geschrieben. Ach so. Ich müsste auch mal bei Edeka arbeiten. Aprikose? Ja, ich habe das falsch geschrieben. Ja, mit C. Schatz, mit G. Immerhin hat keiner Funkler gekriegt. Und du mach mal. So, so. Äh. Outdoor. So. Und es geht um, wie zeichne ich Ihnen das am besten? Ja, ich bin der Beste im Zeichnen. Das war schon so zu liebten. Was soll ich da auf nichts sagen? So. Ist schon eigentlich fast nah. Ist schon in die richtige Richtung, aber ich darf nichts sagen. Wie kann ich Ihnen das anders zeichnen? Was soll das sein? Was ist denn da das Wichtigste jetzt? Der Kopf oder der Schmackl? Nein, das ist auf der Hand oben. Keine Ahnung, das ist jetzt nicht so viel Zipps. Keine Ahnung. Heute zeichne ich es so noch einmal. Ja. Und da sind es so Augen. Keine Ahnung, da kannst du mit da... Mit da... Äh, das ist so. Keine Ahnung. Ach so, schau. Ist das so cool, ey? Und dann magst du er in deinem Kopf? Ich habe doch eines gesagt... Hm? Du kannst es auf Deutsch? Ist das alles auf Deutsch? Ich habe gar nicht mehr in Englisch. Es ist auf... Es ist alles auf Deutsch. Es ist nicht auf Englisch. Ach so, ich meine, das ist alles auf Englisch. Ich habe gar nicht mehr in Englisch. Ich habe auch noch... Ich habe lange nicht mehr in Englisch. Ja. 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 Ja, mit E am Ende, muss ich sagen. Sind das Schwerter? Ich darf ja nichts sagen. Nein, wenn die vor allem Schwerter sind. Nein. Ja. Ich habe Falschgeschehen. Ja. Wann bleiben Sie auch mit? Er ist bei. Ja, what the fuck? Er hat meinen Hilfe-Eisen-Games. Ja. Wann war jetzt? Ja. Ja. Er ist bei. Ja. 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 Wie zeichne ich Ihnen das am besten? Oder das ist? Whe? Und das ist? Hm? Und das ist? Und das geht. Wie kann ich Ihnen das noch zeigen? Hm. Ja. 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 Wie ist es schwer zu zeichnen? Rechnen Gibt auch die was so sind Ich hab's mit meiner Strichmaxel Und welche die was sind Die Nummer 2, das wüsste ich Welche Nummer 2? Ich mag Ja der da unten ist klein und der andere ist Jetzt hast du deinem Käufer Ja die Zeit war eh schon vorbei, das ist eh schon wurscht Wie willst du denn bitte Ocarina zeichnen? Das ist einfach Du darfst jetzt eh nicht mehr nehmen Das könnte ich sogar zeichnen Ja also ich könnte es ja zeichnen WTF Oh man Ich meine das ist so einfach, das war so wieder oder? Keine Ahnung Ich bin vorerst, ich weiß das nicht Hä? Schickröte ist falsch? Jetzt schon auf die Buchstammel, wie lange siehst Hä? Hä? Geschlechtig Na Knopp, Knopp Das ist ja der Schickröte Ja gut, so geht Alles blau Tschuldigung Ja keine Ahnung Naja Ich dachte es ist... Das ist ähnlich Was ist denn ein Meer? Hä? Ich dachte, das ist ein mehr Schildkröter. Was soll es denn sonst sein? Ich spreche dich. Das ist so schlecht. Ich soll einen Superhelden malen? Nee, danke. Batman! Ich male das hier. Wir haben einmal... Okay. 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 das kann ich jetzt lesen das ist auf jeden fall nicht das was du gemacht hast schauen wir mal ob ich das sagen krieg das kommt davon bier trinkt er kann so hinkommen nur halt ist das mehr ich weiß nicht das ist wurscht es ist auf jeden fall etwas am essen ist gut zeichnet oder schlecht ich hab jetzt nur an dem buchstaben das erkannt ja ist normalerweise rot oder ich weiß nicht ja es ist also kommt drauf an wird es komplett durch was ist es ja schon so ein bisschen angebräunt von außen ich hab sogar hörner gekriegt also du hast über das übersprungen das umzeichnen hast du übersprungen du hast jetzt eine zeichenrunde übersprungen ernsthaft ja äh ok die polizei rufen das heißt denn das c am anfang drei blickstaben und da kommt das nächste ist das englisch ich weiß nicht wie man das schaut ich weiß nicht so jetzt ist komplett ich weiß nicht ich weiß nicht das erste hat das kett das erste hat das kett das weiß ich aber was ist das nächste vor allem die zwei tuteln die zwei tuteln ich weiß nicht ich weiß nicht ob das richtige ist oder nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht was ich jetzt in schädel habe und das sollte es eigentlich theoretisch für meine die fünf ich weiß nicht ich weiß nicht mal wie da hat es als drittes das haus nein ich muss es kurz googeln weil ich weiß gerade nicht das man oh es ist eh richtig gibt es da nicht Nur dieses Tester und der Tester. Warum machst du den Pferd auch nach hinten? Warum müssen wir denn? Ich weiß nicht. Da ist der Tier. Genau. Er macht es komplett komisch. Ja, aber es ist richtig. Der erste Pferd war 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 richtig. Der Pferd war richtig. Ich weiß. Es sind nur Pferd. Chris hat überholt die Potsau. Obwohl die Haare und die Ausreis sauf. Die schwachen Kerlen. Ich weiß nicht. Ich glaube das ist sogar die letzte Runde. Der Monopoly, Mann. Was ist denn sonst? Es ist keine Pizza. Also... Ja... Es ist... ja ich bin es weiter weil das so ist jetzt schon extra und nächstes glück achten wochen noch mal fünf hunden das ist einfach das kann ich das kann selbst ich muss ich mal alles rundherum zeichnen dass man nicht gleich drauf kommt ich stehe schon auf dem tisch ich glaube es gibt rosé sekt rot nein rosé ist rosa er hat doch noch herausgefunden was rote sind was man in so ein glas ich selber habe drüber linge ich habe schon wieder an die schank mal gedacht an die catwoman hat er dacht Ah, das ist auch noch Ah, das ist auch noch So eine Form, der Genau, Bomben Was ist das? Nein, das kannst du auch nicht schauen So, gib mal was ich geh auf H Mit T in der Mitte? Äh Doppel T? Hä? What the fuck is das? Na ja, überleg, was trockst du mein Hals? Ein Masken Ich habe auch jetzt Ich habe schon euren Hinweis voll gegeben Was auch gleich schon treffen müssen Äh Ich verstehe zwar nicht, was das Graue mit den roten Punkten damit zu tun hat Aber okay Na ja Ich weiß nicht Ich habe da schon ein Hinweis gemacht Achso, eine Kette Ich denke, ihr schleicht dich Das ist keine Kette, das ist eine Schal, oder? Das ist keine Schal, das ist eine Kette Das sind Punkte, die habe ich so zu zeigen, zum irritieren Schleicht dich Obwohl, ich habe euch einen voll Hinweis gegeben Was ist das? Wolkenkratzer Wolkenkratzer Dann so Auf jeden Fall ist raus Hier So, dann ist Moment Ich mach das jetzt mal braun Dann haben wir also hier, ne? Und dann Hä? Der I? Der zweite ist der I? Achso Dann einmal hier Und da wäre dann So Hä? So Michi orientiert am Raden Ernsthaft? Loke, Loke Hoffentlich ist richtig schön Hoffentlich ist richtig schön Ja, rittet lieb, rittet's aber fast nie Wie so schnell ist falsch Mit geh ich Geschleicht dich Also Österreicher schreibt schon komisch Mhm Glaube ich auch Spinner die Wobei ich kenn einen Ich kenn einen, der ist auch sehr gut, ey Der schreibt läuft mit E Schauen wir mal, ob ich das überhaupt zusammenbring Jeder schreibt anders Ja, aber auch korrekt geschrieben ist es mit Ä Und er macht immer anstatt Ä Ein E Das ist das beste Viech, was ich je gesehen habe So gezeichnet Auch schönes Zeichen Mit E am Ende Also der vorletzte, Entschuldigung Ja, das ist super zeichnet DELPHIN DELPHIN Ah, ok DELPHIN Jetzt schreibt man nicht einmal so, weil sie willst Wollt DELPHIN DELPHIN Du kannst nicht mehr so minute Das war ein echtes Zeilen Wahnsinn Man müsste mal nachschauen, wie man es richtig schaubt wow das ist nicht einfach nur mc Das hilft nicht sehr viel, weißt du das? Mit E und C? Ja, höh. Thomas ist schon richtig. Ich habe sie auch schon richtig angegeben, hä? Nein, nicht mit der Engel. Was ist McDonalds? Das musst du eingeben. Es ist eine Kette. Eine Punkt-Punkt-Punkt-Kette. Und das Punkt-Punkt-Punkt braucht man. Erst, ich bin zu behindert. Ja, was sind denn Fast-Food-Läden? Das sind doch Punkt-Punkt-Punkt. Ja, mir fällt das Wort gerade nicht. Auch mit Schnellen am Anfang, meine ich. Ja, es ist, ja, ich bin gerade draufgekommen. Ja. Jetzt bin ich letzter. Oh, ich nehme das. Also. Bock, 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 bock. Bock, 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 bock. Das ist scheißegal. Ich bin draufgeschissen. So, dann haben wir hier. Jupp. Ja, ist das nochmal scheiße. Ja, ich würde nochmal kassen. Ah, dann fällt sowas nicht. Er macht drückend einen Charakter-Schießbar, gell? Radio-Sender! Er versteht schon, um was es geht, ja? Ich weiß, wie viel man schreibt. Du auch nicht. Jetzt probiert. Abriss, Birne ist close. Moment. Das wird jetzt ein bisschen Spaß umzeichnen. So, zuerst einmal das Wichtigste zu zeichnen. So. Und jetzt kommt das Wort. Gleich. So, zuerst einmal das. Offen. Äh, das gehört, glaube ich. Ich glaube, das gehört so in der Frage. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So. Und das da geht's. Das hat auch noch so Punkte so rundherum. So, jetzt kann ich ja weiterzeichnen, ne? Ein super schönes Boot. Ich sag's euch so, wie süß. Und den dritten Buchstaben, der wissen wir dann vielleicht. Sag mal den dritten Buchstaben. Oh, das hat mehrere davon. Oh, 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 oh. Ja, ich, 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 aha. Ach. Scheiße, die ganze Gegend durch. Mich hat's ganz kurz gefmenschen. Warum auch immer. ja In der Scheiße hätte ich zu viel nachdenkt. Was kann das sein? Oh. Schaut aus wie ein Digimon. Das ist ja auch fast wie ein Digimon. Ops. Hey. Wieso freizeit über Weifen? Vielleicht kommt das Wort einmal. Raupe. Raupe ist das Richtige. Ist das Wort nicht eingefallen aber auch Digimon. So was habe ich für schöne Wörter? Ja das ist wieder was. Für mich hier. Schauen wir mal ob ich das überhaupt zeichnen kann. Aber mit der Maas, die lässt sich nicht steuern. So und das kann man jetzt langsam zeichnen. Oh. Chris, das ist doch easy. Wirklich? Ja. Wenn man den Kasten sieht und die zwei Kreise muss man es eigentlich für... Genau. Einen ... ... ich gehe jetzt einfach nicht auswählen. Du zeichnest gar nicht denn besser. Ist alles fertig zu dir. Warum bleibt das Traube? was machst du da du hast schon richtig es ist alles wirklich nichts mehr sagen ja 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 das kann wirklich kaum mensch lesen hä das ist immer schlimmer was soll das C am Anfang heißen das ist mit der F*** gestern ob sie kann das ganze einfach B da noch nicht ja also richtig scheiße gezeichnet sag ich mal hä bin ultra verwirrt ist jetzt ein bisschen anders Zeichner ja war doch eigentlich offensichtlich ja wirklich du beschwerst mich doch immer aber hä ich bin ultra verwirrt grad ja ach so geschleicht geschleicht das also da ist das 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 und da steht einer ja 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 ich nicht wissen das alte ist das wissen du solltest das wissen aber es ist gut zeichnet ja es ist nicht schlecht zeichnet aber ich kann es halt nicht besser zeichnen nach hinten du kannst du jetzt auch wieder an der Schaufe du kannst auch was dazu ach sooo ich bin doch am oasch chris gewinnt schon wieder die Possei na na du bist der Erste noch nach diesem Wort nicht mehr komm du fang welches Wort jetzt bin ich der Letzte hier einer ohne Schmürnacht der dann noch dann haben wir über eine halbe Stunde das siehst du's was hä das ist so offensichtlich so allein wie es ausschaut nee ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung Anfangsbuchstaben wäre geil äh wie kannst du sagen der Anfangsbuchstaben na ich mag es immer schon so wie die Leib AP 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 AAH leck mich doch ich kann nicht so gescheit Kapseln zeichnen ich habe es ja noch gescheit ich habe es ja noch gescheit Kapseln zeichnen geschleicht mit Pillen musst du richtig irgendwie ja ich habe das andere was für Pillen nicht groß gehabt auf die Klaachen Magnetroben Tapete Tapete ja ich bin auch grad mega verrührt das U fackt mich auch kann man das nicht ändern na PX äh Action Spielzeug ich komme nicht drauf geschleicht dich ich habe keine ahnung so spät drauf kommen geschleicht seine schnelle runde noch mit bei 40 minuten sind wir schon deswegen sage ich ich zeichne das ist ein dicker baum so und jetzt kommt die schlechteste zeichnung auf der welt also noch schlechter geht es ja gar nicht mehr also kirchhand, die ist ja übertrieben schnell kein wunder dass er sich in die pornos reinzieht seine hand ist zu schnell geschleichtig ich kann aber das zeichnen wie ist das schnell das zeichen ist einfach im kopf allgemein das zeichen glaube ich besonders gefährlich ja giftmüll ich habe das wort nicht gewusst schlecht das sind die zwei varianten die es gibt und da ist so eine potzau drin mit vor moment mit vor geht nicht um die potzau die da rauskommt sondern um das wo es drin ist das ist noch mehr ja richtig geraten ich gebe dir einen tipp mir schmecken es nicht mir schmecken es scheiße ich weiß nicht ob das eine gute tür ist ich habe es noch nie gegessen ich habe es noch nie gegessen darum hat es nicht er hat es doch noch was gefunden ich mag die ich mag die überhaupt nicht er meint irgendwas ich habe das Teil gemalt was ich machen sollte du kackesau du meinst eine pizza und du musst das fett aufzeigen dann wissen wir schon ich brauche einen anderen hintergrund eigentlich machen wir so es kommt auch eine schlechte zeichnung von mir warte ich muss das neue zeichnen ich schleich dich ich schleich dich ich muss auch mal löschen besser so das ist wichtig ich zeichne jetzt schnell zack 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 ähhh hey lass mir die katze fertig zeichnen du kannst doch einfach eine toilette und eine katze malen können ja wollte ich aber ich habe es um mich verzeichnet dann Oh. Ich kenne sie alle. Ah, wie heißt er? Gut, dass ich denen noch nie begegnet bin. Ah, wie heißt er? Ja genau, die Person heißt Sensen. Ich hab mir glaube ich so. Eigentlich haben die, die zeigen eigentlich nicht ihr Gesicht, aber ja. Ich schon. Woher meint das? Ich bin aber wirklich gespannt. Also. Warum was? Ach. Büsche löschen. Also. So. In. Ja. Schwern. Wo nah gibt's dir diese... Wuuu. 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 Na. Äh. Nachthärz. Na. Na, das kannst du auch mal nicht passen, weil da ist kommt der Defo. Was wird das jetzt wieder sein? Ah. Ich glaube ich war's. Na, so. Ich habe nur so gedacht, weil ich mich verschrieben habe. Da kann ich nichts davon schreiben, zeichnen. Schreib sie, dann haben wir es richtig. Nein. Ich habe Anubis, Steinzeit, kriegst du zeichnen. Bei meinen Zeichenkünsten war es ein Schakal mit goldem Schmuck und fertig. Das war's für heute. Ich bin froh, du hast recht. Ich bin froh, du bist froh. Ich bin froh, du bist froh, du bist froh. Ich bin froh, du bist froh. Wie viele Minuten haben wir? 49, 50. Lass mal die Folge beenden. Na gut, dann sehen wir. Ich bin froh, du bist froh. Ja, wir sehen uns bei den nächsten Mal wieder. Bis bald und tschau. Ich bin froh, du bist froh. Ich bin froh. Ich bin froh, du bist froh. Tschüss.